Nico und seine Map vision ich guck jetzt da noch mal hin und guck ob ich den jetzt sehe aber vorhin war der jetzt sicher nicht mehr vorhin war der nicht das los bitch geh looten mach das tu das wofür ich dich bezahl dich treten looten und mir das geld geben darüber gehen die lagerhalle rein weil da war letztendlich aufgemacht habe jetzt sehe ich ihn ja der ragte ganz klein wenig nur raus über der ganz klein wenig ja jetzt fragt er noch ganz klein wenig über der kante raus aber ich sehe ein stückchen ja stand dass du ganz am rand von der map oder von der am rand von der säure ja ich stehe auf dem ding drauf klar dass ich das ding nicht sehe ja und gohne jetzt mal ernsthaft ernst hofft ernst kraft bin ich bloß dafür ernst kraft vakit larven da hinten war übrigens der zweite schalter ich bettel mich gerade im nachkampf mit larven renn durch die spawnen nach das war langweilig nicht mal spaß davon hier haben spielt niemals ein spiel mit julian das fickt euren spaß oder humor richtig hat in den arsch das ist strategie du arschkante ja und humor fucking viel spaß mit dem monster nicht auftauchen was den geschenk da weg hier aua das hat wir getan wie das war kitz das sind die war kitz on the block ne julian wie oft wolltest du noch mal gekreuzigt werden wieso gekreuzigt ja und geköpft ich pisse mich gerade vor larven ernsthaft weg hier ich sitze im lkw was machst du im lkw da wenn ich das wüsste er ernsthaft ich kann ich nicht holen ich bin ganz unten da ist noch das sind noch ausgewachsene die viele sind da da gibt es gut das sehe ich auch ja auch mal alles mit und wenn es war geht dann habe ich nicht gesehen hast du nicht kommen sind der macht mich auch dick kalt wenn ich nicht da denke ich schon der hat mich gerade irgendwie voll abknutschen aber ich habe schalter gefunden ja ich habe gemerkt so ganz zufällig ne ne echt jetzt kriegt er aus dem maul er kommt auf so ne scheiß wieder unten schalter reinpacken ernsthaft mal jetzt ernsthaft aus der höfe ne so wo ist noch einer da auf dem boden leute wenn du jemals erfolgreich im spiel sein wollt spielt nicht mit nico ich habe gerade ein richtiges gemetzel veranstaltet ich verarschen noch einer ist das jetzt mal richtig bad ass packt mir die schott gar nicht mit dem gefunden habe drauf die wachsen hier die ganze zeit wieder raus ja wir sind doch den hildweißen folgen wir können schon mal losrennen nico das ist schon du hast jetzt ein shotgun buddy was bezieht denn deine shotgun guck halt drauf 292 x 7 die ist auch weiß ich kann dir auch gerne meine geben die alte die ich hatte hat nur ein schuss ich kann dir meine geben wenn du willst die 200 gott ist das die kacke töte wakit puppen bevor sie aufstützen noch drei stück kommen das mache ich nicht schnell es wird helfen nico nico da sind noch zwei stück gekommen da gerade an ich treffe das schrotze nicht ja denkst du ich muss dich halt direkt vor ihn stellen willst du den bad ass wakit töten ja aber der sniper da macht das mal bleibt alles schön bei julian es ist schön warm und feucht und steinig wir müssen wieder rüber worüber hätten das loot und die red was verlangen müssen und wer das war geht auch wieder beliebster weg weil du tot warst hier ist fette party wir machen ist noch fertig hier kommen wir die schon feiern dann feiern wir mit wie gesagt leute laden die können wir zu einer party ein der feier bis zum ende gut dann gehen wir langsamer raus aber wackelt sich dich um gedacht ich du hast abgeschossen deswegen winzelt das auf dem boden rum und dann fickte ich will dass wir verpuppen ja kann sich nicht auf mich verlassen war hast du mal noch eine neue dinge eine neue schrotze für mich ich habe keine muni mehr ich würde gerne erst noch irgendwie muni einkaufen gehen kommen hier rüber jung geht hoch ich laufe aber kurz eine trash hand vorbei ist ja kein problem das ist ein aufgericht und wurmloch-crash hand sind wir gefickt ausgewachsener wackelt neben dir hinter dir war das sieht so scheiße aus hier oben du willst du neue schrotze haben what the fuck ist das denn wenn du kurz mal einer hast du ganz cool ja klar guck mal hier bin ich runterwerfen jetzt sind wir uncool die ist doch lustig da ist ein freund die interesting aus ich will da verkaufen und irgendwo muss hier was zum verkaufen sein da hinten ist ein item shop bin gleich wieder da ernsthaft jetzt der ist nicht oben der ist nicht oben ja muss aber den muni skills spielen lassen ja das mache ich die ganze zeit schon ich hatte ich hatte ich habe jetzt mehr munition als als bevor ich irgendwie 55 mal geschossen habe oder sondern das richtung mission rennen ja ich sammle noch kurz aber von einem viel kann ich die verkaufen 900 richtig hart voll ich treffe das hat ganz so was von nichts ist direkt vor und anstehen oder zielen was veranstaltest du hier wieder ernsthaft wo soll ich das wissen doch komm ich wechsle mal kurz die die waffe hier kommen pistole rein scheiße ich bin so blöd ne ja weil ich mit meiner pistole drauf baller der sieht so grüppelig aus du hast die pistole zweihändig ist ja klar ne du hast die pistole wie ein mg Cubeside spielt warframe weißt du warum ich die pistole so liebe die hat so ein bonus ne 50 prozent liebe was ist das bitte ein spider rent witter ja komm viel spaß mit dem ich mach den soldaten kaputt ist voll chillig baller einfach schnell kurz hier easy peasy drauf er ist tot kill gesteelt bandit technical skin anpassung komm nehm mal auf wir werfen mal irgendeine scheiße weg ich bin schon ich bin so komisch ich bin so voll ich muss schon sachen wegwerfen neue sachen aufzunehmen hörst du das nico die stumfe rumpeln hast du auch das gefühl es kommt jetzt ein spider rent and spider rent gegner genau hierhin spider end gegner das war natürlich ein geiles wortspiel hier das blöde ist weißt du ich hab ähm ich habe keine money mehr mit ähm mit der ähm raketenwerfer muss ja mehr shotgun spielen ja raketenwerfer ziehe ich viel schneller mehr damage muss auch mal ein bisschen skill beweisen ich hab keinen bock alter oh sniper die ist scheiße die ist scheiße erst mal einsammeln wow erledigt ich bin grad bei dem achievement erledige 25 feinde mit der shotgun ich glaube da bin ich schon ein wenig drüber so weg mit dem bei der sniper ich glaube ich schon mit durch die 500 archivit habe ich schon soll ich mal am hebel ziehen warte noch ok da kommt eine interessante pistole raus das ist doch 100% eine falle ernsthaft ist das der schatz bitte nicht gleich alles looten ich kann gar nicht looten das ist doch nicht gut kannst du mir irgendwas mitnehmen war das eine granatending was denn du hast wieder munition haben übrigens jetzt was für alles mögliche die wichtige habe ich nicht aber merkwürdigerweise habe ich ja die habe ich natürlich was da war alles mitgenommen ja 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 also hast du was schilde war noch auch da ja ich habe eins ausgetauscht war noch ein anderer guter schild dabei nope ok ja dann ist egal weil die granatendinger brauche ich nicht erinnern ich habe nämlich irgendwie 3500 x 7 oder so machst du schon den scheißtaufen kaputt können wir schild skin anpassung ach da fällt mir ein ich habe ja noch eine hier ich habe eine shotgun die mehr als damage macht ja klar mit einem schuss wieder hier ist eine skin anpassung die ich schon habe hier ist eine richtig geile troll shotgun zeig mal liegt hier auf dem boden mhm standard ne mhm ich kann ja nicht aufnehmen um sie zu verkaufen ach ja weil ich voll bin lol schau mal wo wir sind auf dem eisenbahnding ja ich kann doch rüberspringen challenge nein nein kann man nicht bist du auch voll in der ding gelandet nein ich war abgebremst oh ein instabile grillisk den gibst du dir jetzt noch nein ich renne helfe ich dir mal mit gut dann helfe ich doch nicht ja ich finde den ball voll geil ja ja irgendwas hat mir grad explodiert ja what the fuck was labisch du warte nicht irgendwie weg gehen nein erst gehe ich verkaufen auch gute idee weg 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 könnte mal austauschen weg 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 vollkommen richtig micromancer verkaufen sirene feuerrate plus 20 prozent los julian auch mal so will ich noch aufhören ja ich habe eine granaten mod die macht 3360 x 7